Andrea Petkovic hat in einem NDA 90,3-Podcast Fehl Hamburg ihre Unterstützung für Boris Becker geäußert. Die ehemalige Tennisspielerin betonte, dass Becker einer der großzügigsten Ex-Tennisspieler sei, den sie erlebt habe. Er habe immer Zeit für sie gehabt, Ratschläge gegeben und seine Erfahrungen geteilt. Petkovic verteidigte Becker mit ihrer vollen Loyalität und erklärte, dass sie ihn sogar mit ihrem Leben verteidigen würde. Die Doku Boris Becker, Aufstieg und Absturz einer Legende, die kürzlich veröffentlicht wurde, enthält hingegen auch kritische Äußerungen von früheren Lebensgefährtinnen und Anwälten des Tennis-Stars. Trotz der Kontroversen kann Becker noch immer auf die Unterstützung einiger Weggefährten zählen.